Glory to the break. Today is a good day to die. Was? Das war's. Alex, du musst einfach mal taunt machen. Was war das gewesen? Ich glaube, du musst taunt machen und dann musst du einfach evil love machen. Warte, ich muss das mit dem Spiel machen. Ich nehm nein. Das wird dir gefallen. Wie kann man Pferde reiten? Alter, wie der immer kommt. Was ist das denn? Zu viele krassen habt ihr. Es gibt zu viele klassen. Sie unterscheiden sie. An sie sind es drei. Naja, doch nicht. Ich spieße sie auch. Ich spieße sie auch. Ich spieße sie auch. Ich spieße sie auch, du Arsch. Ich spieße sie auch. Jawoll. Ich hab's in den A abgeschlossen. Ich mach nix. Alex, du bist klopper. Oh Gott. Alex drückt mal Z und dann einfach zwei mal sechs. Sechs? Nochmal sechs. Was? Kann ich auch. Warum ist mein Bildschirm eigentlich geteilt? Auf einer Seite ist es ja fast schwarz. Nee. Evil love. Warte mal, du bist bei mir oder? Gibt's friendly fire? Ja. Kai, Alex du stirbst jetzt. Au! Ja, euer Ziel ist es, mein Lager hier einzunehmen. Ich kann nicht meine Klasse ändern. Damit nicht. Du bist also Feuergranate, hä? Nein! Nein! Komm schon! Nein! Nein! Oh nein, das ist echt shit! Nein! Fuck! Arschloch! 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 So. Äh, was fällt hier ein? Ich nehme jetzt euer Katapult und seht wir jetzt auf euch. Nimm Lust! Nimm Lust! Warum muss man das überhaupt aktivieren? Mit E! E! Geh doch! Geh doch! Geh doch! Also du, wow! Doch nicht! Pfff! Schlecht! Wie kann man Pferde benutzen? Da kommt Matze, da kommt Matze! Pass auf, da kommt Matze! Pferde! Bruder! Ach da! Was hat der? Das ist super! Zu dumm zu lachen! Zu dumm zu lachen! Zu dumm ausi! Der Megahammer der Vernichtung! Megahammer! Nein! 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 Megahammer! Donnerrohr! Nein! 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 Ich habe den Kopf abgeschlagen! Er blutet doch! Ich muss einmal kurz mein Spiel neu starten! Wo? Wie macht das? Ich wumm! Jetzt backst es rum und schwumm! Was ist das? Stopp! Nein! Sind Sie sicher, dass die Tür nicht zu groß für Sie? Wo ist meine? Da! Hier, nimm! Arsch! Oh Gott! Das ist so! Das Pferd neben mir! Alles hart! Erfüllt! Kürzen Kloppen Traum Schaum Super schubsen mal schubsen Schubsen Oh nein Mh Griffball Oh Gott Griffball Schraub mich doch Nein, schraub mich doch, hä Griffball, der erste, der steckt verliert Geil Weiß was soll denn stimmt? Oh, einfach Hahaha 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 Die Blut immer noch Wie kann man Wie kann man auch boxen? Wie willst du denn? Äh, äh, 4K Games ist auf einmal hier drin Wie weiss 4K Games? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Was bist du 4K Games? Ich finde, dass du da bist So Mal gucken, was es hier gibt Du hast dir den Bildschirm so geteilt Uge Oh Ja, lass mich das doch so geknackt Ja, ich muss dir den Kopf anpacken Das ist hier, äh, das Spiel bei mir weg Geil Geil Ist nicht Was ist nicht Bäh So, wollen wir mal Mal ein bisschen kloppen hier Mit meinem Dom Alter Wie kann man diese, wie kann man diese Katapulte drehen? Ja, du musst die an den Seiten anfassen An linken oder rechten Seite immer Und du kannst auch noch oben das Ding anpassen, wie hoch sie schießen soll Siehst du, du kannst hier oben noch an den Taille herum passen Wenn es ziehen soll Geil Der kommt immer noch oben Was war schießen? Was war schießen? Nein Nimm Hammer Ok Biss also nicht, haben wir nicht mehr Nein, du wirst nicht mit der Axt Nein 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 Wie hoch auch Prozent Erholzungen und ohne nur noch ein mit dem St so wohl sei hier ich küsse ich Prozent ich küsse ich das schließt sich auf die Hauptgruppen alle Kürtel hier ich bewerf' dich mit einer Achse ich kann es Was müssen wir eigentlich machen? Capture are the dinghands! Ohlalalalalalala aus Alex! Ohlalalalalalalalala! Oh fuck! Da kommt irgendwas, was wirft! Pöte, ist egal, was es wirft! Nein! Nein! Ich hab Schall! Aua! Oh god! Das kann ich mein Schild nicht verwenden. Ich hab Daniel noch nicht einmal gesehen, ey. Gesundheit. Dankeschön. Danke, Alex. Heuer schon mal gesagt, dass diese Keule gefährlich ist? Daniel ist auf dem Katapult da hinten auf der Wand. Nö. Ich mach dir nö. Ich seh meine Füße. Dann seh ich gut aus. Dazu kann ich nur eins sagen. Nochmal. Ja. Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön. Ich will, ich will auch... Nein, du nirgst nicht. Doch, wieder doch. Wie redest du? War's einfach. Kann aber auch nicht jeder. Hab so ne Scheiße zu reden. Wir haben schon getan. Ich komm nur die因igung. wegh... Were tentar sind. Tyscher, dass man die Fan Falstern. Kann man zwei hinschthütten. Nö, hör 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 hör. Ich kann mich. Ich dachte mir sportsmanen mit den Medizin. Prozent Prozent neu ja was denn Alex okay was müssen wir eigentlich machen muss die Klage einnehmen Höh! Ich bin von mir hoch Arbeit Arbeit Komm her! Flaggen geil Lass los! Was? Mh Aua! Oh Gott wer bist du denn? Was zur Hölle? Was hat das denn jetzt angepasst? Nein ich mein Alex Ah Alex trinkt alle um Ich bin dumm um Attacke dies Ja damit glaubst du einfach alles Alles meine Nähe Darf ich nicht einsetzen Was machst du? Ich bin der Ritterman Was machst du? Nein der hat's eingenommen Ich bin der Ritterman Bdeh Was ist das denn? Das ist ein Erbomb mich Erbomb mich Achter den Wuppen weg Was? Hast du Rift mit Echsen? Oh mein Gott der hat's chillen So chillt Ah ja Kannst du nicht die besiegen? Ich will auch Mach die Na los Alle Exs alle Exs Hilfe Na los Mach doch was Los greif wieder an Na los Greif wieder an Bleib an Mach dich jetzt Aua Ich hab meine Waffen grad geändert Mach nix Ich versuch's zu dir zu gauern Ich bin zu langsam Nein Sehr gut Sehr gut Wir sind gut ey Wir sind gut ey Wir müssen die Bridge bilden Ja jetzt wüsst du diese komischen Teile von links und rechts holen Das ging ja wie es auch kostet An Daniel Er ist voll gematscht Ich will jetzt mal Einfach Einfach wie einfach die Unnütze machen würde Nein Stopfen 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 Hacker Yeah Stopfen 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 Ich geh nicht weg ey Stopfen Nein doch nicht Hab ich noch andere Waffen? Waffen Aufzum dummescheißes Regen Waffen 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 Kompon Waffen Habe ich ne Axte im Fuß Waffen Was ist das auch im Fuß Leer Läuter Ich habe mich sehr offen Na los Mal an mit der steht für die die reise nicht und das ist in er der matze auch gut durch mit rücker abläuft ja und es dann nicht nur der so bebo das macht mir eben uns ms bütschelte aber nicht so dass du sie besitzen leiten 3 schluss aber was die alles überlaufen schlugschützt sie mit einem Haus das was du hast es machen ich habe mich wohl verarscht was für die Hölle Matze schwer mehr spießt sich auf gleich die Speer wie einsam ist geil meine Pitch-Sport was im Turn find ich gut hallo stirbt nein nicht ich bin und so logische Zielungen beherrschen Rekord der Kontanien mit der Führer zu geteilt in der Koffer in der Kirche ich kann das machen Connection closing das ist Toll macht das, hey Und geh nun Was ist da hin? Du denkst du kannst mich besiegen? Nein, du kannst mich nicht besiegen Doch, kann ich Nein Nein Oh, nochmal Nein Dann sind wir vorbeibliegen Das ist meine Planke Nein Oh, hol dir echt na Was hab ich noch passiert? Hab dich abgespießt. Muss meine ganze Schwere wieder einsammeln. Oh Gott, oh Gott, der dumme Halo-Typ. Oh mein Gott, ich hab Wurfmesser. Wurfmesser! Du hast doch was in dir stecken. Nimm mal ein Schild, Mann! Du einschuldig! Ich hab deine Hau'n auf! Wo ist das denn? Ach, du hast es. Ich hab so was in dir stecken, Alex. Alex, du sollst da wo sein. Oh, dann hab ich mir gewinnt. Was? Das ist doch Toast, halt. Er, Joy, kannst du kein Passwort machen? Doch, kann ich schon. Ich hätte auch einfach eine maximale Spieleanzahl aufgeben von vier Leuten. Nee. Komm, nee. Nein, nein. Möchte ich jetzt nicht. Na, alle glauben sich. Mit was haben sie mich eigentlich los? Kommischen Staffelbeeren so in die Milchstupe. Papa, du hast auch schon. Hey, du kannst du das noch nicht hin. Achill. Achill, achill. Achill. Achill, achill. Achill, achill. Achill, 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 achill. ausgültig und sie ist es ist so gut war wie du in meinem Begriff nur dumme Ritter die ganze Zeit nun werden er hat nur dumme Ritter wo auch nicht ab er so hat er schiebt sich nicht mehr der Mensch der Welt folgt das ist was ich werde bei dem Haus und dort wird nur die Schilder tot da er dort geworden abgewertet die Erdbein der Erdbein es gibt es dann die Begriffe ich bin der GF schweizkorn das macht er mit für mich bürger spähe im kopf und für mich ich sehe den Speer rechts auch jetzt nicht mehr und ich habe den Speer im Kopf habt ihr schon mal mit Fäuste gekämpft oder sieht der Schein aus? ne, sieht richtig scheiß aus mit 5 5? ja mit Scheiß die Hände voll in einem Gesicht drin hängen verband dich geh weg mit deinem Scheiß verband du Arsch ich wollte deine Wurke gar nicht mehr, daran hab ich an alle stimmen gleich auf wie echte Männer das wäre egal, aber so wie echte Männer, aber ich haue dich einfach wie echte Männer das wäre so ein bisschen echt das müsste ich mit dem Wagen machen hier wir müssen ihn beschützen, dass er hier nicht ankommt wir haben nur ein gewisses Zeitniveau, noch ca. 30 Sekunden ne 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 haue 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 Q ja e haue 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 h aber nun das ist der Punkt die Eier Eier im Karak ja das auch bespielen ich spiele noch mal wieder mit ihm hier ist witzig was ist das wie eine Karte überhaupt in München auch Gott ist für mich hier wie es in der Hölle sind wir sind in der SNL es ist so dass sie so böse sind nein das ist egal ob es wird auch zu bezahlen und Landtuch das muss es sein nein Probesitzung also und die Seels ich meine ich muss wieder Team Blau Wo muss ich eigentlich in Team Blau? Warum nicht? Ich mag deine gerne auf meiner Seite haben. Ja, das ist ja nicht so cool mit deinem Spiel. Deiner hast du es gewonnen. Kontrolliere die Ruin. Okay. Der war Auftrag. Gruppenbimmel. Willst du uns? Also das soll mir doch... Hacker! Hacker. Oh, scheiße. Scheiße. Was? Nein, du wir nicht. Wenn ich schon bei der Tag nicht... Was? Das war Aufwärmfaser. Fight. Das riecht immer blaue Kristalle. Weiß ich nicht, ich hab nur der rote Kristalle hier. Wo ist Daniel eigentlich da hinten? Ne, weiß keiner was er macht. Kann er einfach in eine andere Richtung. Ja, Speere werfen. Oh, ich glaub, auf dem Video sieht man überhaupt gar nichts, weil diese Rotonie gut für Videoverarbeitung ist. Was? Auch mein, ich hab mich selbst umgebrochen. Das? So, okay. Du kommst ja schon wieder. Ich hab Fäuste. Klapp. 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 Du läufst einfach durchs Feuer. Nein. Ich hab's nicht mal gesehen. Wie kann man Flammen... irgendwie... Wo hat man die Flammen dran haben? Nee, die hast du einfach. Auf vier. Vier? Hm. Ich hab sie nicht. Ich hab nur Fäuste. Ich merk grad, warum Daniel diese Sperre in der Hand hat. Das heißt ja nicht, Aufnahme nimmst du grad auf? Ja. Scheiße. Ich merk grad, warum Daniel diese Sperre in der Hand hat. Das ist das... Das ist das Äquivalent zu den Messern aus Action auf Live. Du hast ja was dabei stehen. Ja, ich weiß. Du hast ja was dabei stehen. Du hast ja was dabei stehen. Mensch, Aufnahme. Erbiet Schleichwerbung. Waaah. Nein, was? Ich hab den Sperre in den Kopf gehauen. Nö, nö. Nö, nö. Ich mach den nö. Mach den nö. Wieso kann man so süchtig lachen? Bäh. Scheiße. Ich hab sogar mal regeneriert sich langsam. Nö. Nö. Äh, das bin ich. Versteck. Mann. Was ist das denn an dir? Was machen wir denn? Wir kommen so nicht voran. Was weiß ich überhaupt. Da. Okay. Ich schalte sie hin. Mann, was ist das denn? Der Hacker. Das Spiel macht mir keinen Spaß. Der Hacker. Ja. Ja. Scheiße. Du steppst auch. Oh Gott. Nein, ich will nicht. Nee, nee, nee. Lass mich getötet. Hab ich gut gemacht, oder? mal drunter. Ja. Na ja, ich kann ein kleiner . A-Bot. Geil. A-Bot in dem Spiel. Hm? Okay. es ist totgebrattert hallo es ist und das ja er 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 hat die er das ist das messer mittelalter ja ja Oh! Gesunder. Ah. Tobus war einfach den Techno. Oh, hey du. Toll. Nein, er macht den Block. Aua. Mein Kopf. Aua. Nein! Er hat meinen Kopf aufgehackt. Das ist total uncool. Ja. Ja. Matze, ich hab ihn voll mit einer Handgranate geworfen. Was hättest du davon? Nicht. Ha. Er hat sich voll damit... Es liegt bis in deinem Bus drin. Da fühl ich mich völlig neben mir. Los geht's, man. Klopp. Klopp. Was musst du jetzt eigentlich machen? Alex. Einfach du mit einnehmen. Alex, komm mit mir in den geheimen Unterklub. Hä? Ich kann nichts sehen. Ich hau nicht. 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 Wir warten hier, bis sie kommen und dann heiraten wir. Tag 3. Unsere Essens-Probete laufen langsam aus. Alex fängt langsam lecker an auszusehen. Tag 4. Mein Messer gelüstert nach Alex. Tag 6. Alex hat die gleich verlangen. Tag 6. Tag 6. Mein Popo tut weh. Tag 7. Ich leg mir einen Fluchtplan vor, Alex abzuhauen, denn mit seiner Monsterfleischkeule habe ich wirklich geblieben. Geh weg! Geh weg! Geh weg von meinen Hintern! Du bleibst da! Bleib da! Du bleib da drin! Nein! Das bin ich da! Ganz ruhig! Ganz cool bleiben! Ganz cool bleiben! Ich bin ruhig. Ich schnapp ja. Ja, weiß ich. Oh mein Gott. Der muss gesündet werden. Geh zurück! Geh zurück! Sind wir sicher? Seid ihr zu uns sicher, also? Scheiße! Brennen sie aus! Tag 8. Feine. Tag 9. Tag 9. Tag 9. Tag 9. Tag 9. Tag 10. 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 ist aber so das sind ja eigentlich mann, die können wir nicht kontrollieren, oder? Ja, einfach nur in die Mitte holen, ne? Ich kann ja was was auch machen, weil wir ihn töten. Oh Gott! Geh weg! Ich habe keine Schwere mehr zu werfen, aber das ist schwer. Oh, breitze! Werde im Feuer hingeworben! Du weißt! Alex, sie sind unbegrissen, unbesiegbar, wie es aussieht. Wir müssen zurück in unsere Gangsterhöhle. Los, Batman-Hoodle! Ich bin zu dumm, da reinzugehen. Ich logge sie raus. So ein Typ mit einem Speer, der versucht mich von da oben zu stechen. Ich sehe die Schüsse kommen. Was ist das? Schieß doch! So viel Tanze! Oh mein Schuttweg, was hältst du davon? Hä? So, eins, eins. Hä? Dann mach ich auf das so! Und dann so! Und dann irgendwie mach ich auch noch Steht hier! Nein! Abwehr! Nein! Ah! Ah! Wo ist der Kopf jetzt, du Arsch? Ich hab dir mit dem Messer den Kopf abgehackt, toll! Ja ist das! Kann doch passieren! Einge... Na! Toll! Das war mein letzter Schuss, glaub ich, ne? Ne, einen hab ich noch! Ich hab grad einen Screecher von Daniel, das war schon so... Oh Gott, da kommt Daniel auf mich zu, ich hab Angst! Weißt du, was passiert eigentlich, wenn man die Rune kontrolliert? Dass man hier spawnt. So sieht. Ha! Ja, wir werden nachlesen! Wir werden nachlesen! Wir werden nachlesen! Haken! Haken! Getroffen! Ha! Ja, mit dem Bogen nachlesen, dann macht er die gestoppt. Kling! Pfff! Ja, die mit dem Bogen nachlesen, macht er die gestoppt! er wollte es nicht so stark wie mein Gewehr meines Sniper in dem Spiel Aua ich drehe mich auf und sehe ich gerade herlaufen was ist wenn der beschleunigt muss ich hier geopfert werden? Was hab ich denn da? Necromonicon heißt be- was was hast du aufgesammelt? Necrophantasier? Du wirst es niemals mitnehmen Los Alex, Daniel, wir müssen ja nicht das Necrononicon geben oder was da immer das ist wir werden mit bösen Zaubern führen, das ist ein böser Geist Habs immer gewusst Oh Gott Lenk sie ab, ich werde ihre Mieten klauen Sehr gut und ihre Diamanten Wech Der beste Hacker Das Boot hat ein Gesicht Das Boot Das ist das Boot von Tanz der Teufel Und Tanz der Teufel? Der hat das immer gekämpft, das ist ein Film Ja, den kenn ich Bestimmt ein schlechter Feld Necromonicon lässt du nicht hören Nein Geweckt Geweckt Haben wir die besser Ich komme Nein, oh mein Gott, das ist Daniel der Krieger der Rolle Hehehe Mein Gott, sie verfolgen Ne Hahahaha Schießen Pfeile Hinter uns ist auch noch einer Genau, geht nach denen und wer hinter euch Hehehe Weiß, wo bist du Ich hab mich wie ein Bälle fehlt, ich weiß nicht wo der Gegend war Hehehe Scheiße OLE! 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 Was? Ok OLE Das ist vielleicht windige Metzeln hier Halt 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 Warum gibt's hier eigentlich keine schnellen Klasse Gibt's hier doch Was denn? Du kannst doch voll schnell rennen Nein Doch, wird schwinden Aber der will schnell sein Hinten ist wieder einer Nimm man at arms Nimm man at arms Nimm man at arms Alter, warum treffe ich denn eigentlich? Mann Ich werde immer so ganz knapp an seinen Kopf rum Ist sehr sehr schwer damit zu treffen Warum spielen wir diese Spiele überhaupt? Weil wir ein neues Sternchenvideo brauchen Also ich fande Persönlich fand ich äh Baller Action bis jetzt am besten Äh, Baller Äh, Baller Äh, Baller fand ich auch nicht Nein! Hehehe 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 Scheiße Ja, Jungs Keine der Rammelung He Oh Gott Oh nein Keine der Rammelung Ich habe keine Ausdauer mehr Ich kann nicht mehr blocken Hehehe 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 Was? Was soll ich machen? Will ich nicht damit Hehehe 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 Hauptsatz Angela� Man kann das nicht Nein Nein Aus der Superschwinger zu machen Wo soon Nope Ich schlitz dich auf! Hau damit! Hau damit! Was ist das denn? Wer bist du denn? Keiner wusste, oh mehr, ich konnte dich nicht schlagen, hast du ein Glück? Ich hab mich echt verheiratet. Ich hab's nix mehr! Kloppen! Er hat mich einfach ganz stumpf weggekloppt. Das ist ja nicht alles gewollt. Was wollt du? Was hat denn deine Hand? Ich will aufholen, dass du eine Handhaare war. Was ist denn das? Mein Headshot! Der ist voll schwer! Wo sagst du, da ist deine Handhaare? Okay. Da kommen sie! Hast du ein Lexus, du kannst treffen? Nein! Oh fuck! Mann! Scheiße! Also, also, ich hab natürlich noch ein Laser-Visier, ich hab ein Crosshair, ich konnte natürlich noch, äh, Luft anhalten. Ich meine, nehm die ein Wurfmesser! Ja! Ja! Ich hab eben schön geflüssiges... Hm! Wo ist Daniel? Ich will dieses Necromorphen-Zeug da haben. Ich glaub Daniel hol unser Necro-Spruch! Necronomicon! Ja! Ich seh dich, Matze! Boah! Ich hab' schön! Ich hab' schön! Hebt sie auch nicht! Ich hab' schön! Geil! 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 Ich muss mir immer den Fernkipp und den Starts-Cup anheben. Hm. Hallo! Wo? Nein, bist du nicht? Oh, unbedingt Munition! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Er hat mich an den! Hab ich! Aua! Hab' ihn gespießt! Oh Gott! Geil! Geil! Ich hab' mich aufgestaut! Geil! 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 Guck mal den Vizu! So fies! Ich steh' fest! Kann ja sein, dass man irgendwie zoomen kann! Aber kann doch das machen! Zoom und Korn! Ja, klar! Zoom und Korn! Wow! Zoom! Zoom mit deinen Fäusten, dass es geht! SLMN nimmt jetzt auf den Spielteil! Kann er auch gar nicht! Was zur Hölle? Maximal, Spielelimit ist doch 4! Alter, da neben uns! Ich hab ja auch nur 2 gehabt! War ja nicht wirklich schwer da, Alter! Alter! Kannst du mal einfach mal... Was soll schwer in dir stecken? Du schläfst immer noch! Oh, danke schön! Alter, warum trifft ihr eigentlich immer? Weil ich's können! Das sind ja wohl Unfern, die sind, nicht Alex? Was ist das denn? Huuuuh! Eils war! 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 Ich hänge mich hier so durch! Warte, da ist noch einer jetzt! Eils war! Wo ist die Munition? Wo ist die Munition? Einen Kisten, Meißen! Wo sind die Kisten hier? Mann! Egal! Personal evil little! Du bist in derobyste! Machen wir nicht! Machen wir nicht mehr! Menschen, 것은 an einem alten ambienteirr an! E-Mail! E-Mail! Guck mal cook! Eilich! Mit dem adminял gerechtlich! presupst du knacken, mader in derifies Was ist das denn lesendlich? Da ist das endlich! Hm 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 Hi! Musik Ich hatte einen unbedingt! das genau sehr gut machen wir auch so fern wir sind schlimm ja toll Alter, warum kommt der eigentlich bei dir? so wir müssen uns ja an diesen Punkt zurückkommen damit wir hier nicht andauern spawnen, das geht geil oh Gott da kommt der der Morgenstern der Gerechtigkeit ist am besten Snipe-Punker hey hey die ist mir knick ich zeig mir was erinnert die SLM-Typ er hat den SLM-Typ voll in die Fresse geschlagen nein, der darf mich nicht töten toll so, einnehmen kommen sie schon wieder, auch der SLM-Typ kommt ok aber der steht auch schmerzend, das auch er will nur, dass wir ihn töten hä, das ist nütz? er hat sich aufgelöst er hat sich aufgelöst er hat Tackle eingesetzt der Knoll ist auch mehr scheiße das kommt mit Hilfe zu haben aber der geht richtig lang mit dem Totenschädel oder aus dem Munitionsriss er kommt sowieso nicht ran ok was sollen wir tun? oh Gott Nein, das ist unser oh Gott der ist unbesiegbar was nimm ich eigentlich für mich? ich bin hier, ich war den Out of Map oder wie? er hat doch einen Lebenspunkt oder so alter ey, ich meine, ich meine Matze Matze macht einfach den Stech, ich bin sogar tot ich mach aber eben, was, Mann ich hab 30 Lippen oh Gott hast du eine Axt in der Schulter hängen? geil, du hast mich auch getötet der Ball mit einem Schlag Alter, ihr macht mir voller Spielvergnügen kaputt ich bin dein Puck, ja ich fühl mich nur dadurch, weil ich hier sein muss ok, Lukas ist jetzt auch da oh nein Lukas, du konntest rechtzeitig zum mitkloppen spiele ich richtig? ja, spiele ich richtig ich glaub schon seit ca spiele ich schon seit ca spiele ich schon seit ca ist das Spiel so schlecht? soll ich jetzt rutspielen? ja oh du kacke okay, jetzt los aber dir leck ich mich an dir leck ich mich an ich suche pass auf Alex hm wo bist du? hier, von der Basis ja, da oben ist der blöde Hackertyp ja, da oben ist der blöde Hackertyp oh, liebe Blau ich hab die heilige Krone, lass mich komm her ich beschütze dich ja darf nicht mehr, dass du sowas zuhörst warte, ich baue dich hier nein, du brauchst mich hier wo bist du? hier oben, bei Matze ach so, ok, ich bin unterwegs Matze hat die heilige Krone ne Alter was ist das denn? komm mal Daniel Daniel hol dir lieber das alte Ding jetzt ja, der ist ne Kondomicon hm stirb du Sau Daniel, äh, Alice, hab ich drin nee, ich bin da ich muss nachlaufen du musst du, Daniel darf nicht hier überleben ach so weiß das nicht ja, der, 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 der läuft voll Schicht, wenn nichts an Daniel Mann danke schreien, guck mal, du musst das Buch oben sammeln Nein wo war mir gar nicht hake? das hat aber mal hake gemacht hey halt ich schieb lass ihn rennen, nimm mich hake, lass doch rein Yeah Das war doch mal ein Jaaa Dich Wieso? Ich bin das mal Hammer Slasher Das ist ein Abbild von A2 Ich rede im Hintergrund von diesem dummen Menü bei Steam Zwei Softies mit einem mit so einem riesigen Schwert und einer mit einer riesigen Axt Das ist so ne komische Korrelse, die man gar nicht machen kann Wass auf, da kommt jemand Da renn wir uns hinterher Nimm mal eine Krone Nimm mal eine Axt, ihr Penner So, wo ist diese Renn mit der Krone Ich halte sie auch, weil ich sterbe Ich habe ein Dekromonikon und wir haben die heilige Krone, die wir holen müssen Und sie ist selber heilig und die ganze eigene heilige umsicht Ich meine, können wir nicht wieder Action-Half-Life 2 spielen? Nein Nein, heute ist das dran Heute ist das dran Heute ist das dran Das ist der Sinn der Sternchenspiele Heute ist das Und die Schengel, ich kann mich nicht bewegen Doch jetzt Alle Spiele, die wir bisher gespielt haben, waren schlecht, das ist klar Aber das hier ist weniger schlechter als alle anderen Macht nix, ist schwierig Das Spiel ist immer so schlecht wie derjenige, der das spielt Das Spiel ist immer so schlecht wie derjenige, der das spielt Ja Ja, ich bin echt schlecht in dem Spiel glaub ich Ja Weil ich nicht einfach nur die ganze Zeit dumm Das Spielrede musst du nur anders denken Das Spielrede musst du nur anders denken Holycrown Man, warum kann ich dich nicht schlagen? Manchmal hängt der Ey Er will einfach nicht Er so Nö, ich schlag dich nicht Boah, riecht das auch Weil du nicht genug Ausdauer hast Nö, vielleicht auch, ey Weil du nicht genug Ausdauer hast Nö Ja Was für die Brune? Habe ich weggebracht Habe ich weggebracht Äh Haben wir gewonnen Ich glaub ich hol die nächste Krone Ich glaub ich hol die nächste Krone Ähm Hm Achten mich ja noch nicht mal Dann haben wir durch Bin gar nicht da Nö, Halo trifft mich Also ich hab zwei Exe hier mit drinstecken Das töte mich nicht Schneehen Schneehenry ist da, oh nein Woah War unser Das tut mir hoch Komm doch rein Noch nicht weg Ja, mach ANDER Ja, mach ANDER Ja, mach ANDER Na, nein Was bist du da? Nein Nein! 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 Ich bin heilig, hab die Heilige Krone! Na, so hat es mir befolgt! Na, die rennt einfach! Nein! Ich werfe ihn Zweiecks in den Kopf! Ich hoffe, ich hole mir die Axt in die Fresse oder was! Ich habe die Axt! Stopp mich nicht! Ich habe Axt! Das war ein Hammer! Du schiesst! Boll die Fresse! Boll die Axt! Boll die Axt! Ja, in dem Moment hat uns Otze Dutzend verlassen! Er ist nicht mehr dabei in der Runde! Ich benenne dieses Video jetzt in Schlecht um! Rage-Crit! Ja, der ist Rage-Crit gemacht! Es ist nicht Kloppen, es heißt in Schlecht-Stertchen! Nur weil du schon bist! Ich werde seinen Platz einnehmen! Ich werde seinen Platz einnehmen! Hey, die Krone! Hallöke! Hihihi! Komm mal rechts! Ching 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 Ching! Mann, das dauert ja wieder lange reinzukommen! Alter, das sei nicht dahinten! Da kommt jemand! Hab dich genau gesehen! die den Kunden von uns über den Bachsinn Lohnsteuerabrechnung die Lohnsteuerabrechnung die Lohnsteuerabrechnung dann einfach vorbei holst du es der mit seiner scheiß Keule immer ich mich Lohnsteuerabrechnung dann ist man bei der Lohnsteuerabrechnung ich werde die Lohnsteuerabrechnung er habe ich auch zu mir nun wird der Exe zu dir nur das hat eine es passiert es gibt die Komunikor die Komunikor es ist fast wie in echt Das ist noch mehr als schlecht. Das ist ne Mittelalter-Simulation. Ja, ist recht. Das ist ne Einfach-Sport-Lation. Ja, auf der Schlechtzeit. Dein Gesicht blutet. Was ist denn? Was passt denn mit der Chainmail? Er hat Black-Smail-Workshops. Ich kann nicht ziehen. Hör, hör die Haar-Grube. Hör, hör die Haar. 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 Mal gucken ob Schley-Henry auch mitmachen kann bei der Action ey. Geil. Wir haben gewonnen. Ja gewonnen. Endlich mal Lava-Land ist vorbei. Auf jeden Fall. Spieler-Schley. So, dann sind wir auf der nächsten Karte. Das ist genau das richtige Spiel für Bikingla ey. Ja. Liza-Fordfunk. Student. Was sieht das Andrea? Z super durften. Hisp登録us den riches. Ja broken. Ich habe nicht gemacht, das er es jetzt so aufgetragen kann. Das probierliche staged mit der die fingern beschäftigen, das zu ville Kumpen im Prinzip die Hände ist da das ist unsere Aufgabe ist werden okay muss werden machen ich bin aufgabe muss die Lüste Kloppen habe ich laufen doch man kann laufen mit Schiff ja man kann nicht schleichen so gehen ich glaube ich bin so der Gegner aber auch mal ich hab doch ich hab Sachen gespeich wir müssen die Super Rammer aufhalten anscheinend muss ich die wohl schieben toll nachdem Lachen! Ja! Schön, dass du so weit schmeißen kannst, ey. EGG! Was war denn jetzt? Aua! Wie das aussah! Der Kopf ist einfach total abgeklickt und er hat sie wieder hingebogen. Toll! Das ist für ein gushies Vater, dass er... Voll getroffen, ey. Ist mir egal, Mann. Ist mir egal, ich bin nur mehr siegbar. Schneehenre! Und Ö-Halo! Schmeiß! 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 Nix da, Schmeiß! Ich hab euch nichts getan, hier! Oh, Stecker! Schmeiß! Schmeiß! Geh, muss gehen! Wirbelwindman hat ne Wirbel! Wirbelwindman! 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 Oh Gott! Nein! Hier ist das nicht! Auf einmal tot! Granate! Toll! Das war nicht absichtlich! Das war gar nicht absichtlich! Boah, ich weine in den Eiern! Scheiße! Hab doch so viel Schonzen! Das ist nicht der Gegner! An die rot sind wir jetzt, ne? Ja! Verbrann, du Arschloch! Verbrann, du Arschloch! Der brennt! Ja, nee, 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 nee! Zurückschieben! Geht gar nicht, wie unrealistisch! Warum will man das denn überschieben? Ich hätte das abgetackelt schon! Uuuuuh! Bist du ausgesiegt! Boah, wir haben ja nicht in die Frisse gehauen! Wir hauen uns alle gegenseit! Stopp! Danke! Warum ist das Spiel so schlecht? So ein scheiß Morgensterne! Und... Gniesch! Habe dich getroffen! Ach so kacke, wie hohe tut ihr das Luft, der Typ! Gniesch! Gniesch! Si, gniesch! 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 L�KAS, du stinkt hier! ja, uns ist echt ein Dabber, du haha warum willst du den Dabber zu glauben? ich weiß nicht, wie viele aus Hilder du Helder Giganten, wir wohnen Hit Explodes Wartig na? ich komm zu Mann du bist du Helder Giganten, das kannst du essen hm nachladen äh toll also ich spring rüber und ich treffe ich geh da an ihr los du fass dich durch du musst auch zutöten haha danke ich hab auch renn ich hab auch renn aaaaaaah chi Messerbett verdammt 6-6 hm 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 wie kann man lachen z66 äh nö, das ist mir zu aufwändig doch nicht Alex Alex mach den Gag warum bewegst du dich nicht? nein, kloppen ähm, schon wieder irgendwie abgeschüßt ein HALT ja super Schildklopper kloppt kloppt die mit dem Schild Alex steht gleich wieder da bist du gar nicht, dass ich hier hinten schon einen Mittelanteil habe ich hab da das war nötig nein, ne he toll die hätten der immer getötet aber nein der so ich werfe den Sperr die Frösche hüftig schon wieder getötet ich ne hinde geht es umbesiegbar was auch hm 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 warte mal das Ding aus dem Weg aus dem Weg heilige Wiking ich hab mich abschmeuzt ja schlecht hm 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 hab ich überhaupt Leute in meinem Team, ey ja ich hab nix von hallo 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 ne mal kurz seitdem hallo hallo Schneehinring schon wieder hallo 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 das war guck hallo 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 Nö! Hilfe! You took an arrow in the knee! Your halo hat mich getötetet! Scheiße! Oh Gott! Was auch hinter dir! Schnee! Schnee, ne, wie Hacke! Zumba mal! Oh Gott! Wir sind weg, Alter! Flickiger Power! Schweißer! Flashing Superschmeißer! Scheiße, dein Leben! So, Freunde der Sonne, ich werde euch jetzt verlassen! Was da? Ja! Nö! Wir werden uns erst Sonntag wiedersehen! Ja! Geil! Da kommt wieder einer! Ein heiliger Ritter! Werden wir nicht erwarten, Thomas! Ich glaube, ich habe ihn getroffen! Oh ja! Der hat Pfeile marsch! Alle! Was ist Daniel? Ich habe nachgeladen und Daniel rennt Frank! Ich habe ihn gespielt! Na, ne, so ne! Das musste sein! Weil sie will sterben von stehen hinten! Was ist denn logisch laufen? Nein, machst du nicht! Immer einen Millimeter weit! Ja, geil! Voll taktisch! Voll aufwappert! Aufwappert! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wer hat denn? Ja, mir! Tut mir leid! Ich bin frei! Ich bin frei! Jaaaaaaah! Wow! Alles standen! Nein, es hat mich getötet! Komm her! Wir hätten Sperrenkrieg! Wollt ihr Abendfeuer beschreiten doch! Das machen wir nicht! Du schlug! Aäh! Ich schläge! Kopf ab! Das ist die geheime Würmer, die hier rumfliegen! Keime-Würmer. Oh mein Gott, das ist eh, Henry! Schneller, du Ard! Oh, ich mach mir den Messer! Super Messer, schmeiß auf! Aja! Aja! So, lass mich! Okay! Gut war's hier, ey! Damals war das auch so. Hallo, Alex. Hallo. Okay, ihr habt das nicht anders gewollt. Und logisch, als klasse spielen. Ich krieg dich. Der war unlogisch, die klasse von ein. Welche? Toll, da, äh, Alex. Ja, aber meine Deile! Halt's rein! Halt's rein! Halt's rein! Halt's rein! Schlag doch nicht ab! Scheiße! Hh! 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 Ich kippe heiße Geschlecht. Was das für ein Eis hat er, fröhlich. Der war drüber und logischkeitswappel. Die Drohung. Hallo, schenken wenn die! Die? Die! Und logischkeitswaffe tötet euch alle! Sie so, der war unlogisch oder reichweiter. Na, der will die ein. Eine Millimeter Schiebung machen. Nein! Schieb, schieb, schieb! Boah, Prügel dich aber! Na los! Das wär auch so dumm... Nein! Hör auf damit! Break the Barrikade! Klopp! Klopp! Und das war Simply Break the Barrikade! Dummes Stopp! Los Alex, los die Barrikade, klopp! Gott! Ich hab den Super-Zweihänder der Klappung! Du bist tot! Kann ich, Mann! Na los! Schnee Henry, los! Na komm! Wollen wir kämpfen wie zwei, Männer! Ja, Hilfe! Keine, keine Ahnung! Sofaworld, geil! Sofaworld, komm! Geil! Jetzt ist Sofaworld! Sofaworld ist gut, ey! Ist nichts passiert! Wieso willst du mich schon wieder kloppen? Ja, wir haben jetzt gedacht! Lässt mich einfach in Ruhe! Aua! Werf einen an! Ich bin in Ruhe! Ja, ich bin in Ruhe! Ich bin und ich bin in Ruhe! Ich bin nicht mein Spiel! Ich bin nicht mein Spiel! Wie hat dich mittags? Guck mich nicht so an! Ne? Ne Axt! Na los! Ne Axt! Na los! Ne Axt! Ja! Jaaaaaa! Super Spielsache Toll Toll Sofaworld, Sofaworld muss Unterstützung machen Muss er? Ja Okay, ich hoffe, dass wir Sofaworld mitspielen für den Moment Sofaworld darf ich spielen, das ist der Babelfisch von heute Wo bin ich, ey? Wie hier Aber jemand an der Seite No der Und logische Reichweite Ihr fährt Sofaworld als Unterstützungseinheit Und logische Reichweite wird jeden besiegen Und logische Reichweite Ah ja, und logische Reichweiten werden Ah, da ist Sofaworld, skillt mich einfach schnurstracks Ja, 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 skillt, das ist der Unterschied Sofaworld Sofaworld Ah, wie heißt er ja Sofaworld, aber er heißt Sofaworld ab jetzt Das ist das Video, wo es gesagt wird, dass er Sofaworld heißt Nein Sofaworld ist das nicht derbe Oh, dann haben wir eine Gerechtigkeit Wow Nee Gerechtigkeit 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 Ja, ich will mich so kurz zu dämstchen aushalten, Mann Ach, so, aber brauche ich nicht Ach, so, aber brauche ich nicht Ach, so, aber brauche ich nicht Oh, ich hab mich fast in die Fresse geschlagen Oh, neuer Punkt, wo wir respawnen, geil, ich hab's geschafft Und dann ist das, wo wir respawnen sind, geil Sofaworld Nein, hör auf Hör auf Oh Gott Oh Gott Hallo Alter, nehm weiter Wenn man die Ich spieße dich auf, piksen Oh, 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 hakt euch selber, piksen Daniel, Daniel, keine Axt So hat's meine Axt von Daniel Und nein, er macht den schieben Nein 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 Nein, ich bin Chuck Tester Spießen mit dem Hammer E-Mail Mach bei der Macht von E-Mail, Skull Tchink 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 Unglaublicher Retter Woha Hau mir mal die Fresse Ich hab mir nur noch ein Leben zu bringen Ich hab mich ja noch gar nicht so... Oh nein, er hatte ich so, er hat die Unfair Axt Die Unfair Axt Die Unfair Axt, die immer trifft Ja, sag ich doch Das ist echt so... Keine getötet Aber wie heißt die Klasse? Das ist Klasse 6, ist das Ja, das ist Guardsman Okay, weiß ich verstanden Alter, wie unfair Wow Ich werd getroffen, aber ich muss meine Aufgabe nachgehen Das ist echt... Der war Ritter Sofaworld hat ein Ritter Sofaworld hat ein Aimboot Ja Break down the Great Gate Wie soll ich das im Defenden, wenn ich da nicht durchkomme? Boah Ich würde spielen... Hier müssen wir nicht hoch, glaub ich, Daniel Geck, 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 geck Geck Hör auf Hör auf Hör auf Spiel, wo man nachher den Berg hoch rennen muss Die... Das ist doch die Karte N-Ja D-Kom rein Die Waffe ist vertrifft echt. Und weiter kommt er. Steht jemand auf dem Hügel. Was kann ich damit am besten machen? Overhead macht 90. Am besten mach ich den Stab damit. Sepp. Hallo Daniel. Hallo. Ich hab meine geheime Position gefunden und hab ich gemerkt. Ja, den ist sogar handy gewesen. Scheißegal. Oh, Matze. Ich bin voll in den Schlag. Oh mein Gott, Overhead hat mich attackiert, ey. Nein. Du darfst nicht attackieren. Nein. Das war's. Pass auf. Pass auf. Er spricht mit uns. Versuch mit uns zu kommunizieren, ey. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Oh mein, ich hab mal zu der Begepikst. Kannst du auch für mich immer zu stechen? Ja, der trifft einfach mal so. Ich muss sogar sagen, das war Alex. Felix. Wir rassen. Los, wir müssen attackieren. Warum müssen wir eigentlich mal die Mauer runter springen? Kann ich nicht einfach die Tür aufmachen, damit wir da runter gehen können? Nein, das soll wir nicht. Mann, Daniel steht doch nicht im Weg. Muss ich ja kloppen die Tür. Nur einen anderen Weg, Mann. Alter. Kopf auf. Schiee. Schiee. Wie unfällig war Freeweiss. Das ist eigentlich gar nicht so unfair. Bei unserer Spielart ist sie einfach sehr gut. Ich finde gut, dass man nur eine Miniachse hat. So, sag nicht. Die Tür wird gleich kaputt gemacht, wenn ich die Ramme dagegen schie. Das wäre ja ziemlich egalistisch. Wollen wir das mal machen, ne? So, und jetzt? Nein, Sofa wird. Sofa wird man mich töten. Oh, Mann. Das war erst irgendwie so. Breakdowns geht. Ich hab dir die Ramme dagegen geschoben. Jetzt? Jetzt musst du dagegen rammen. Jetzt musst du die Ramme hinten benutzen. Mit E, glaub ich. Okay. Kann ich die Ramme nicht selber benutzen? Nein. Ich hab einmal gerammt. Ich hab einmal gerammt. Noch einmal gerammt. Oh mein Gott, Sofa wird kommen. Super Rammeister. Oh mein Gott, Sofa wird kommen. Sofa, ich weiß, wie man rammen. Klopp! Ich will nochmal mit der Ramme kloppen. Klopp! Daniel, du musst dich so verwalten. Du musst den so tief! Klopp! Ich hab immer den kleinen Schwertig abwehren. Lähäähähähähähähähähähähähäh Klopp! Spiel abgefeind! Komm zusammen kloppen! Gw weg! Gw weg! Gw weg! Gw weg! Gw weg! Ich warne dich! Geweckt ist meine Ramme! Kappe den einen frei! JA! Ich hab euch erwartet! Okay, ja! Wofür ich noch einmal? Mit der Gate mit der Ramme! Heiligkeitsläuse! Jetzt muss man in die dumme Berge hochrennen! Geil! Heiliger! Du Scheiße! Die Superberge hochrennen müsste jetzt! Was zur Hölle? Ich seh schon, ne? Na willst du mich da ein Scheißmesser abschmeißen? Ja! Oh, jetzt die Drachenklagur! Äh! Nein, bist du einer von denen? Hab ich gehört! Was? Nächster! Hier ist der Werk! Hier müssen sie hochrennen! Heftig! Nein! Wie kann man den blocken? Wie kann man den parieren? Na, Mausrad runter! Mausrad runter oder Mausrad drücken! Mausrad drücken ist bei Schilden Schild halten! Mh! Oh Mann, er macht den der bei Abwehren! Mann, bist du gut! Mh! Nimm doch meine Feuchte! Mh! Mh! Und brennt der auf einmal! Soferwild hat Schnee-Henri getötet! Soferwild hat Schnee-Henri getötet! Quasi! Los Daniel! Rette mich vom Soferwild! Soferwild macht den Doppelthacker! Aua! Was ist das für ne derbe Treppe! Was ist das für ne derbe Treppe! Was ist das für ne Treppe! Uuuuuhhhhhh! Uuuuuhhhhhh! Oh Mann, Mann, sieh! Oh Gott! Toll! Wenn ich sie schieße mal zu in den Rücken hören, hier kommt, ich schieße noch rein, Mann, sieh! Wie nett die alle, meine Zielkollegen, hier! Aber wie scheiße ich das nicht getrunken hab! Du bist ja fast genauso gut wie hier! Uuuuhhh! Oh Gott! Hä, äh, was ist das für? Was ist das für ein Wettbewerb? Wo rennen sie denn los? Da ist ein Soferwild! Cover me, ne, ich mach das! Aber! Da vorne kommt der Gefährliche! Geil! Hahahaha! 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 Mal gefällt uns jetzt um die Handgranate rein! Schmrukt macht er! Hahahaha! Super die Treppe runterkicken! Da ist ein Vogel! Das ist eine scheiße drach. Jetzt kommt man da denn los. Hol hin los, wir müssen die百 stability verteidigen. Lukas ist es da! Dann kommt man einfach überhaupt nicht hoch. Geil! Komm man nicht nachvollziehen. 砧ll histó ہو municipatt Pen. ich bin auf deinen Kopf gesprungen und hier hochgeklettert Guck mal ich mach grad den regeneriert wie regeneriert man? weil der mal einfach stehen bleibt oh Gott das ist für eine Garnison stehen sonst drei Leuten brauchst du so ein teils Schild auf einmal? huah hihihi 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 tue euch wieder alle gegenseitig hihihi also einer von euch hat ein Pfeil, oh mein Gott, er hat eine Handgranate hihihi das bringt den Halo-Typ, warum der nicht schnell an sich stecken im Kopf, halt, wie sieht das denn aus? hihihi 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 geholfen hat Scheißdrakenstatue, wieso musst du hier rumpringt, ey? Weil das moral ist Öff, flamme Öff, flamme Aua, ich hab... Geh weg, Superwöl Superwöl will ich nicht holen lassen Oh Gott, er machte super Schwul Neeeeee, er ist an den Schum... Einzige Person, die mich ja umbringt, ist Daniel und der ist in meinem Team, das finde ich echt gut, weißt du was? Geh aber, warum wieso klopft ihn? Er war an meinem Ohr vorbei Nö, komm ab, Gast Ja, ich hab ihn getroffen er hat nicht mehr viel auf das kommt ein Granat das sind meine Spezialklasse nehmen er hätte durchgekloppt ich hab jedenfalls auf dem Matze getötet ich bin voll der Gang-Spezialklasse nehmen sie sind der Respawn, pass auf das war früher echt so, die Leute mussten nur Drachenstatuen zerstören ich bin entwürdig das ist voll das Problem ganz ehrlich, warum ich die ganze Zeit nur meine eigene Leute holen hey, was läuft hier doch falsch, oder? das ist doch eigentlich so etwas, was ich mit Alex mache oh mein Gott, hier ist jemand oben NEIN! NEIN! guck mich nicht so an ok, ich hab Sofa-Wild, alles ist gut, Daniel Spertschildkampf, halt so abend alles ist gut Spertschildkampf das hat Unfairung zu schwer das hat einfach Unfairung zu spät äh spät äh spät da hab ich gerecht nächste Mal sei mal ein bisschen schneller die Endreelöpste geben wir schnell in die Respit äh is schlecht mhm geil äh was bist du schlecht für das Spiel? äh Lucas hä? das Spiel hast du alles von gespielt, du bist echt zu schlecht für das Spiel Ich will sagen, wir lassen es dabei gut sein. Das war so, ey, ich war schwierig, ich hab mich nochmal an den Flammen, die mich so ein bisschen töten. Los, wir töten uns nicht. Hör mal, hört sich auch wieder heavy. Ich habe gleich keine Grenade. Ja, dramatisch, der Wurrung. Okay, bis dann, Leute. Tschüss. Ich bin nicht gestorben, das ist Traum. Sieges Geheul. Ey, was macht mein Schwer dort? Mein Schwer fliegt, mein Schwer. Mein Schwer fliegt einfach rückwärts. Er fliegt rückwärts. Alter, warum?